So der Wälder, sind wir wieder. Hallöchen, da ist einer Hilfe bedürftig. Hallöchen, Popöchen. Und hier ist was. Sind wir hier wieder? Nein, warte. Sie haben ihn wieder geschnappt? Er ist zum dritten Mal in Rikers. Nicht dein Ernst? Was hat er getan? Das ist das Beste daran. Er war auf der Wehrung draußen und wollte dann keine zwei Tage nach der Wärmung wieder arbeiten. Er holt also das Päckchen Samtknarre ab und fährt zu dem Restaurant, um es abzuliefern. Aber er hatte zu viel O-Saft-Intus oder irgendwas, also musste er dringend pissen. Er geht auf die Toilette und was sieht er da? Was denn? Drei Bullen, die sich zu ihm umdrehen, als er das Scheißhaus beträgt. Ist er abgehauen? Doch nicht. Er ist frechend und holt ihn raus. Die Bullen sind immer noch da. Dann fallen ihn Knarre und Päckchen vorne raus. Direkt ins Urinal. Und die Bullen sehen alles? Die Bullen sehen alles. Und Reggie zeigt Handschellen bevor es Ende pissen kann. Wow. Typisch Reggie. Wow. Typisch Reggie. Martin, hier sind Sachen drin, ne? Ich weiß, ich bin doch schon hinter dir. Also. Zwei Mal Werkzeug. Zwei. Zwei. Wollen wir noch irgendwo eine? Ja, hier auch. Hier muss noch was sein. Zwei Mal Werkzeug. Aber hier muss noch. Ich krieg noch was angezeigt hier, Martin. Siehst du das auch? Aber das muss oben sein. Zwei Mal Werkzeug. Ja, hier oben muss irgendwas sein. Was haben wir denn hier? Ah! Medi. Medi, nehme ich doch glatt mit. Haben wir doch voll. Mö, ich nicht. Hast du nicht aufgefüllt? Scheiben wir nicht. Ja, aber öfter mal was Neues. Ja, aber ich nicht. Ja, ja, ja. Oh! 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 Da vorne. Oh! Ich muss nachfahren. So! Wow! Hatschal! 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 Oh! Was haben wir denn hier? Im... Ach! Oh! Da ist was Lila, das. Wo? Hier? Na, da hab ich irgendwas Türkises gekriegt. Irgend so ein Billig-Demo. Ist hier irgendwas? Ne. Wir müssen da lang. Ich laufe schon da lang. Stoff! Guck mal! Da ist Stoff! Guck mal! Da ist Stoff! Guck mal! Da ist Stoff! Und das am frühen Morgen! Ja! Ja! Immer was Neues, ne? Ja! Lasst euch nicht stören! Ich stalke nur ein bisschen rum! Nicht schlimm! Jetzt lasst ihr euch stören! Nein! Wir lassen uns nicht stören! Wir laufen gerade... Wir laufen gerade rum! Wir... Wir müssen hier so ein paar Leute da... Ja dann! Genau! Sitzt ihr in einer... Ihr hört euch an, als würde ihr in einer Tourenhalle sitzen! In einer Tourenhalle? Ja! Nein! Ich sitze in... Wo sitze ich denn denn jetzt? In einer Empfang! Wo sitze ich denn? In einem Empfang sitze ich! Und nicht in einer Tourenhalle! Ja, und die sitzt zu Hause! Es heilt ganz fürchterlich! Okay! Okay! Ja, okay! Das... Verstehe ich... Verstehe ich zwar jetzt nicht warum, aber okay! Es hört sich nach Tourenhalle an! Nee, nee! Ihr seid auch geiler! Ja, aber auch schon! Dann bin ich ja äußerst beruhigt! Ja, weil um die Uhrzeit in der Tourenhalle wäre schon ein bisschen seltsam, oder? Ja! Gruselige fremde Männer in dunklen Tourenhallen! Da sollte man sich von fern halten! Oh, das hast du vom Sam gelernt! So ein Quatsch! Ja, ja! Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr sprecht! Ja, genau! Wir auch nicht! Nein! Ich enthalte mich jetzt mal wohlwollend! Warum? Ups! Frag ihn! Ich bräuchte Hilfe! Wo bist du denn? Mach's schon da! Hinter dir! Die sind immer noch hier! Du musst erst mal nachladen! Ja, lad doch mal! Ein Schritt schneller! Binderweil reicht ein Magazin nicht mehr! Na? Nee, nicht wirklich! Ja, ja! Irgendwie hab ich da gefühlt, du musst mal eben kurz hier ein Köfferchen hinschmeißen! So! Ja, vielleicht für dich! Ich bin noch voll! Ja, da du voll bist, wissen wir ja! Das ist doch, war das jetzt nicht gemeint! Dahin krieg ich irgendwas Grünes! Na, wir wollen uns mal was Grünes! Okay! Wir müssen... Was gibt's denn hier? Leidergott ist hier durch! Oh! Oh! Ich geh zurück! Ich geh zurück! Ich geh zurück! Alter! Was geht denn hier ab? Ne, das weiß ich auch noch nicht! Ähm, ich wechsel mal grad die Waffe ein wenig! Martin glaubt mir wieder gegicko! Ich klau nur mal irgendwas! Doch! Ich klau nur mal irgendwas! Ganz du war! Nein, erzähl nicht! Ich bin down! Drück mal F! Ja, drück mal F! Du bist witzig! Da, jetzt hast du F! Danke! Jetzt muss ich erstmal nachfragen! Ich auch! Oh, da ist noch einer, äh, nicht nur der hier, da ist noch einer. Oh, den haben wir. Hier ist aber noch einer um der Ecke. Äh, schon wieder dauernd. Ich würde sagen, du hast ihn nicht. Du. Ah, dann schieße ich ihm die Beine weg. Ich habe ihm leicht die Beine weggezogen. Keine Ahnung, was gerade los ist, äh. Kann ich dir auch nicht sagen. Ihr könntet schlafen gehen, das ist wirklich spät. Er ist auf der Arbeit. Junges Vollein, ich bin auf der Arbeit. Ach du Scheiße. Ich bin da, wo der Samson immer arbeitet. Der arbeitet doch gar nicht. Das ist okay, der sitzt nur auf seinem Stuhl rum, ich weiß. Hab's verstanden. Warum nennt man sich Wuschel? Warum? Ja, warum nennt man sich Wuschel? Ich war mal bei der Bundeswehr, das war etwas viel länger her. Und da hatte ich ein wenig längere Haare. Und irgendwie meinte dann, irgendeiner mir sagt, wir müssen, das seht ja auch wie unsere Wuschel. War es mir irgendwann mal gesagt, wegen dem Wuschel Panda? Oh mein Gott. Nein, nix wegen Wuschel Panda. Wegen meinen langen Haaren. Alter, wir sind die drauf, ey. Aber die sind ja mittlerweile... Ey, wo willst du denn die, ja? So, den haben wir jetzt erstmal. Ich muss erst mal nachhören, nachhören. Oh, da ist noch irgendwo einer. Ja. Wo ist er? Noch da hinten. Mach den, wo der Martin sich jetzt erstmal... Na, wieder Teil da. Danke. Aber wenn du den nicht haare willst, dann müssen wir sie mir doch holen, Martin. Ich mag das doch schon. Der Martin macht das doch schon, jetzt hättest du ihn. Alter, Schwede, ey. Wisse, Martin, jetzt weiß ich Bescheid. Wo müssen wir eigentlich hin? 17 Liter, irgendwie ein Signal für JPLF. Hier vorne irgendwo muss das sein. Ja, nee, wir müssen hier oben hoch. Wo bist du? Da hinten. Ich komme unauffällig hinterher. Jo. Immer. Ich warte dann auf dich. Okay. Hör doch mal, Zeit, dass du wartest. So, 5, 4. Ja, komm ich. Von vorne muss man irgendwoher kommen. Da ist... Von wo? Ah, da. Verstärkung in Position. Du willst dich jetzt so richtig da runterspielen jetzt, oder? Nein, ich stelle mich nur hier oben drauf, wie du siehst. Und rottst ein bisschen. Und jetzt gehe ich immer in Deckung. In Deckung gehen. Weil ich bin... Ich bin da unten. Alter. Ja. Wie ist es denn? Das war wieder so ein Sprottfinden. Äh, ne? Äh, das war so. Oder so. Aber ich muss es euch nicht. Ja, das soll ich dir. Da kommt einer jetzt. Oh, die Schrotflinte habe ich, aber da kommt einer hoch. Hier am Seil. Ich müsste der hochkommen, oder? Oh, no. Feindkraft in Ehren sich. Oder wo kommen die durch? Ich weiß es nicht. Der hat sich auf jeden Fall hier verstückt, Herr. Okay. Dann will ich wieder hier. Hey. Hey. Let's start off the midi, Dinger. Ja, ich weiß. Nein? Was ist der andere? Ach, da unten. Ich bin down. Alter, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich habe ihn. Äh, F. Wieso bist du eigentlich noch nicht im Bett um die Uhrzeit? Weil ich, ähm, mit meinem Schlafrhythmus irgendwie im Ferienmodus bin. Und, ähm, weil ich zocken musste, da die Season nur noch bis Samstag läuft und ich noch ein paar Sachen machen muss. Okay. Deswegen musste ich Nachtschicht einlegen. Doch, wir kommen im Club, deswegen sind wir auch noch wach. Das harte Zockerleben, da kann man nichts machen. Naja, äh, wir haben Nachtschicht, deswegen. Naja, ich nicht, nur beim Zocken. Aber ihr solltet doch arbeiten, oder? Ja, tu ich doch. Hahaha. Das ist doch ein Thema, total. Ja. Hobische Arbeit. Ja, ne? Ja. Beste, beste Arbeit überhaupt. Aua. Ich mach Sinn nach. Hier ist irgendwo ein Strafschütze. Ja, dann musst du dir aber noch ein paar Promille anzuregen, weil du den authentisch nachmachen würdest. Nee, lass mal stecken, das muss ich nicht haben. Das brauch ich also dann doch nicht. Das findet das bestimmt nicht lustig, dass ich zu was sagen. Oh, das ist doch nur Sam. Haha. Was soll das schon machen? Ihr wisst schon, dass das alles auf YouTube landet? Ja und? Nein. Äh, so als Randbewerfung meinten, hier waren zwei Strafschützen, ne? Ich hab's dir dann beide mal erledigt. Alter. Da gibt's auch noch Munition. Was? Immer noch? Ah! Party! Oh. Du hast dir ein Mädchen gekreischt. Hahaha. Ja, ich hab ja auch nur Mädels. Ach du Scheiße, da kommt Dicke. Ich bin tot, ich bin dauernd, dauernd, dauernd. Wo bist du denn? Ich bin tot. Wo bist du denn? Äh, ja, gute Frage hinter dieser Absperrung, da hinter dieser Abgrenzung. Ja, ich muss erst mal in Deckung gehen. Äh, ich hab gar nichts gemacht, der lädt einfach neu. Oh je, mi, nee. Boah, was isst du da? Martin, du wurdest gefragt, was du gerade isst. Ich esse gar nichts, ich trinke. Das hat sich krümelig angehört. Ja, ne? Meinst du das hier? Ja. Das ist von der Flasche. Achso. So, jetzt hab ich recht genug gestalkt, jetzt geh ich schlafen. Das war schön. Ich bin beteilig, ich liebe Nacht, nur. Gute Nacht. Tschüss. Tschö. Ach Gott. Was war das denn? Bist du eigentlich noch am Leben? Ja. Ich probiere gerade hier krafthaft irgendwie hier rauszukommen, weil hier lauter Scharfschützen sind und ich probiere schon in deiner... Ach ne, das war eine Selbstschussanlage. Ui. Warnung, verlassen des sicheren Bereich. Ich bin tot, ich bin schon lange wieder durchgespawnt. Achso. Ja, ich hab gar nichts gemacht, weißt du? Richtig, ich hab mir gezeigt. Aber noch lebe ich. Da ist dieses komische Scheißding. 400 Meter hab ich vor mir. Kann ich ja kaputt schießen? Weiß ich nicht. Ja, ich hab's kaputt geschossen. Uff. Da ist aber noch... Eins, zwei... Der ganz dicke ist da hinten noch. 400 Meter hab ich noch vor mir. Ja, ich probiere mal aus... ...hier durchzukommen. Ohne ganz kaputt zu gehen. 300 Meter, da ist erstmal ein Hilfebedürftiger. Ich muss erstmal... Ja, der lasst den Hilfebedürftigen in Ruhe. Hä, ich bin auch Hilfebedürftig, ab und an. Du kriegst einen Hund. Komm mal aus der Deckung raus, du Idiot. 200 Meter. Ich hier in Deckung. Wo sind die? Ach, da ist er. So, ein weniger. Komm. In Deckung. Wo sind die anderen? Dahin kommt der 25er. Dürr. Runter. Erstmal ein Päckchen hier hinschmeißen. 150 Meter. Ich hab den 25er gleich. Scheiße, das sind Feinde. Da ist er. Ich hab ihn. Sehr schön. 60 Punkte, 60 Spüter, die ist der Booster. Uff. So, jetzt müssen wir erstmal einsammeln hier. Ich hab hier gerade tierische Probleme. Da ist er. Du bist am Kämpfen? Ich komm. Ich bin tot. Ich bin schon wieder down. Warte, ich komm, ich komm. Bist du drin oder draußen? Draußen. Oh, Schafritzen. Oh, Server fährt herunter in einer Dreiviertelstunde. Ja, warte mal. Ich hab gerade hier technische Probleme. Wo bist du? Hinter dem Zaun. Aber da ist... Da komm ich gar nicht hin, hinter dem Zaun. Nicht? Erstmal die Schafritzen platt machen. Zwei Stück von der Sorte gleich. Jawohl, ich hab sie beide. Ui. Ey, ey, ey! Was war das denn für ein Gerät? V. Ach, deswegen wurde ich die ganze Zeit getötet. Eindeckung. Kann ich das Ding auch irgendwie hochjagen? Ich muss mal hier runter. Komm ich hier runter? Ja, und jetzt? Habe ich's kaputt? Weiß ich nicht. Nein. Ist halt immer noch da... Äh, scheiße. Vielleicht kannst du das manipulieren? Nein. Wie komm ich denn jetzt da hinten hin? Äh, ich sporte ich noch mal schossen. Ja, das war mal neu. Äh, hallo zurück. Geht nicht. Huch. Komm ich denn da hin. Wo muss ich denn da... Wo muss ich denn da langen laufen? Wieso kann ich denn jetzt nicht... Da kann die aber... Ich muss jetzt einfach mal auf dem Glück hier durchlaufen. Ne. Ich komm nicht mehr zum Neussborn. Ich hab dich in der Beobachtung. Ich komm aber nicht mehr zurück. Ne, ich muss jetzt erstmal mich heilen. Sorry. Aber ich weiß nicht, wie ich... Ich komm nicht mehr zurück. Na. Ich weiß nicht, wie ich nach dir da hin... Ach so, ich kann... Kann ich nicht hier vorne durchlaufen, durch die Halle? Ich seh mich gar nicht mehr. Ich seh dich aber noch. Ah, jetzt. Neu, Start. Du musst... Ah, okay. Start ist neu. Ich geh zum Spiel, zu Spiel zurück. So, ich probier mal hier durch die Halle zu laufen. Alter, was geht denn hier? Noch krieg ich deinen Sterbeort hier angezeigt. Hier komm ich ja eventuell... Hier ist ein Schalter. Hier komm ich auf jeden Fall raus. Ne, ich spawn jetzt neu. Ja, mach du ruhig. Aber ich bin da, wo du warst. Ja, die waren frech. Die waren sehr frech. Holger? Ja, ich höre dich. Okay. So, einer weniger. Hast du mitbekommen, dass der Server gleich runterfährt? Welcher? Von The Division. Nein. In 42 Minuten. Elf. Elf. Ey! Wo kommst du denn her? Du. Möchte gern. Sag der zu mir, Bastard. Der Jude. Ich hab's aber alle platt. Keine bösen Wörter. Entschuldigung. Ich hab nichts gegen die Kopftuchträger, hätte ich beinahe gesagt. Nein, gegen die heißen die Dinger, die sie auf dem Kopf haben. Ja, ja, du weißt, was ich meine mit Sicherheit. Ja, nee, dann ist ja jetzt nichts Böses. So, ich warte hier, ne? Auf dich. Leute, hier kannst du mit Sicherheit einiges abstauern. Ich hab erst mal das Handy gefunden, was wir jetzt die ganze Zeit besucht haben. Nein, danke. Ja, danke. Das nützt mir jetzt relativ wenig. Sie wissen doch, was dann passiert ist. Mal gucken, ob ich mich auf der Karte markieren kann. Wo bist du denn? Ja, warte, erst mal. Da ist. Verdammt, diese Ausrüstung ist geil. 300 Meter. Der Martin. Wo ist der Martin? Da ist er tot gewesen. 300 Meter hab ich vor mir, um zu dir zu kommen. Ach, da ist der Spieler. Weil du so viel du willst. Bingo. Ja, nie ist klar. Oh. 200 Meter. Sind wir schon wieder Leute hier? Nein, ne? So, da kommt irgendwas von da. Da ist. Noch 180. Ach, sonst müssen wir aber mal heilen. Wie bitte? Mhm. Ich hab gesagt, ich krieg nicht mehr heilen. Ich fett mich grad auf. Hörst du dich gut auf dich aus. Noch 82, 81, 80 Meter. Da hinten bist du. So, ich kann viel abholzen lassen. Einmal. Entschuldigung. Du kannst uns nicht früher. So, Freunde, wir müssen uns bei 41 Minuten. Verobachte die südliche Verteidigung. Verdammt, diese Ausrüstung ist geil. Bist du daran ausgebildet worden, bevor die Scheiße losging? Tunnel Lager, Grand Central Station, da kommen wir mal her, ist bei Queens Tunnel Lager. 39 Meter. Wir können die Stadt nicht zurückerobern, ohne uns um die zu kümmern. Wir können sie nicht mit einem Schlag erledigen. Viel mehr müssen wir systematisch angehen. Zuerst ihre Haufen ausschalten, dann ihre Waffen und dann ihre Kommandostruktur. Dadurch wird ihre neue Zentrale in der Einmündung des Queens Tunnels zu einem... Wow! Moment, haben Sie meine Dateien geteilt? Unsere Dateien. Also, es ist eine Kommt-Zentrale mit massiver taktischer Unterstützung und ein vorgeschobenes Waffenlager. Zwei davon ausschalten und das dritte stehlen. Dann sind sie erledigt. Die brauchen mittlerweile ein ganzes Magazin, kann das sein? Eins? Ein bisschen mehr als Rigs. Ja. So, wir sind da! Das automatische Geschütz-Eckend. War das Ding, was ich gerade eben hatte? Hä? Sie haben doch gesagt, das könntest du irgendwie manipulieren. Hier hoch musst du, hier, hier. Hier, aufschalten. Oh, da ist schon ausgeschaltet. Im Bereich sicher. Da ist doch schon wieder irgendwas. Da kommt einer. Aber Freunde, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme. Denn ich glaube, die Aufnahme geht mal wieder viel zu lang. Bis gleich! Bis gleich!